So ein bisschen. Weißt du was? Eigene Karten? Kannst du spülen aber. Geh mal auf eigene Karten. Na, auf eigene Karten. Geht? Ja, kannst du das? Ja. Ach so, ja. Im Spülwartner vielleicht. Ja, genau. Ich muss in der Grafik umstellen. Das passt nicht ganz auf. Da oben bist du eigentlich schlimm. Das ist keine Ahnung. Ja, ich brauche 800 mal 600. Das sind so oft. Das sind 24. Das ist das.